Jetzt suche ich mir Jobs, die anders sind und gut bezahlt. Und Erschrecker an der Geisterbahn oder in Berlin gibt es da so eine ganz bekannte. Das wurde sehr, sehr gut bezahlt und ich habe dann auch verstanden, warum. Schick mir mein Herz mit der Post, ich brauche es gerade nicht. Und wenn es dann mal schlägt, dann schlägt es nur für dich. Schlägt es nur für dich.